Musik Boah, komm Leute Ey, guck mal, ich hab's schon aufgemacht, aber noch nicht ganz Ich wollte es eigentlich aufreißen, weil es was cooles ist Und dann hab ich gedacht, ey, ich warte bis zum Stream Ich mach doch immer alles im Stream auf Muss ich jetzt warten, bis ich das nächste Mal streame, super, geil Oh, das ist geil, Leute Ich will es nicht kaputt machen Das ist es, Leute Das ist es, das ist es Was wird es sein, weiß das jemand von euch Okay, Leute, ich dreh's jetzt um Ich dreh's jetzt um Boah, es sieht krass aus Es sieht sehr, sehr krass aus Da geht wirklich nochmal einen ganz dicken Kuss an Fortnite raus Ja, okay, zeig ich euch da im nächsten Stream Okay, ich zeig's euch Es spiegelt heftig, ne Bro, sieht das krass aus Das sieht schon nice aus, ne Das ist fresh Das wird eine geile Erinnerung sein Werde ich mir auf jeden Fall aufhängen bei den ganzen Play-Buttons Geil, Mann Danke, Fortnite, für das wirklich geile Bild Feier ich sehr krass Das hat sogar richtig jemand, glaube ich, sogar von Marvel gezeichnet, ne Also das hat so ein richtig krasser Typ gezeichnet Voll geil, oder? Boah, es spiegelt so heftig hier Boah, geil, Mann Feier ich Werde ich mir auf jeden Fall an meinen Ehrenplatz aufhängen Dein eigener Skin Schade, leider nicht Wäre nice, aber ist es nicht Du bist einfach da dünner als in Real Life Nee, nee Schade, hast du so lügst Kommt der in Fortnite rein? Nee, leider nicht Das haben die gemacht, glaube ich, für alle Also für einige Creator Ich hab einen bekommen Max hat einen bekommen Stanplay hat einen bekommen Also ein paar haben das schon bekommen D Bis zum nächsten Mal.